Ja, genau. Funky Body. Selbstvertrauen schafft man am besten... Oh, ich will nicht wissen, wie viel Megabyte ich jetzt schon aufgenommen habe. Orange, kannst du aufschreiben, wann du dich als unwürdig oder minderwertig empfindest? Warte, dafür reicht die Zeit nicht. Denk einfach, wie sehr du Blue überlegen bist. Blue, du gibst ein hervorragendes Beispiel ab. Tada! Merkst du was? Das tut weh, wa? Oh, herrlich. Okay, da wieder so eine Sache. Die kann ich halt aufbauen. Ah, wo willst du mich hinschleudern, ist die Frage. Ah, ich hüpp erst, Mann. Oh, ich... ja, du freu mich auch nicht, wo ich hinschleudern will. Ja, ich weiß, ich seh's. Boah, bring mich nicht wieder um. Ich geb mir Mühe. Du musst blau wegschießen, dunkelblau. Du musst ganz überlegen, wo ich wohin musst. Wo musst du hin, verdammt. Ja, ich prüfe doch gerade. Ich weiß, da drüben ist ein Knopf, da musst du hin. Aber wie soll ich das hinbekommen? Hier, da. Guck mal da oben, da. Ah. Ah, okay, super. Ach, scheiße. Ah, scheiße. Oh, warte mal, ich bin rausgefallen. Ja, und noch ist meine Teile offen. Jo, Upspeed. Bereit? Jo, jo. Aua. Ja. So, lass aber. Ich kann jetzt runterspringen, ne? Könntest du, ja. Nicht da durch. Ja, ich weiß. Hier. Ja. Hier. Das kommt. Ich dachte, das geht schneller. Aber ich verstehe. Ihr möchtet den Test genießen. Lasst euch nur nicht von meiner bodenlosen Enttäuschung über euch davon abhalten. Also los, Rissi. Ja, Rissi. Ja, Rissi. Ja, Rissi. Ja. Wer ist hier der Einstein? Ich zeig nur eins, ich trösten mich einfach damit, der mich ablass. Ich kopf, das Bodenlose hinaus überlegen bin. Ja, Rissi. Ja, Rissi. Ja. Ja, Rissi. Wer ist hier der Einstein? Ich zeig nur eins, ich trösten mich einfach damit, dass ich das Atlas aus den Bodenlose hinaus überlegen bin. Aber was hat das alles jetzt genau mit Geschwindigkeit zu tun? Na gut, außer dass du mich auf ziemlich krasse Weise beschleunigst. Oh nein. Hier, diesmal will ich beschleunigt werden. Hier. Dann hüpf rein! Du weißt schon, was machst du so? Ja. Ich bin grad langsam wenig schlecht. Wo 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 wo? Da! Warte, bleib genau so. Nach! Ach! Suftkopf. Schreckst du? Wo wo da? Ja, blöd nur dass wir beide gleichzeitig, also die sind getimed. Achso, ah! Weil ich beim ersten oben bin, muss ich dann das nächste Mal da machen. Ja. Aber du musst da auch hochkommen, gell? Ja, ja. Also lande da oben jetzt, ne? Jetzt! Lande, 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 lande! Ne, jetzt! Was? Wieso bringst du mich hier hin? Achso, achso, warte. Ja, ich check's, ich check's. Warte, bleib einfach genau da, bleib genau da. Ja. Warte, jetzt tun wir was nochmal hier. Bist du so weit? Ja. Oh, ordentlich. Okay, jetzt. Auf der anderen Seite. Oh, wo ist es, wo ist es da? Oh, hässig. Okay. Oh, Schiss. Jongliertest beginnt in drei, zwei, eins. Fuck you! Oh, ich will gar nicht wissen, wie viel Speicher ich jetzt schon voll gekloppt hab. Wieso nimmst du auch auf, oder was? Ja, ja. Okay. Na, du deine Seite der Ereignisse schildern kannst, ne? Quasi. Ja, ich hab auch aufgenommen, dass du mich ja treffen willst. Ich habe den letzten Test nicht bis zum Ende mitverfolgt. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Wisst ihr, wo ich war? Ja. Ich habe draußen ein sprengendes Reh beobachtet. Euch interessiert das, was draußen passiert gar nicht, oder? Nö. Achso? Out. Okay, das war leicht. Lass mal hier wieder GLaDOS abfacken. Was abfacken? GLaDOS. Ach, GLaDOS. Ja, ich sehe dich. GLaDOS. GLaDOS. Oh. Wisst ihr, was mich zum Lachen bringt? Der Gedanke, dass ihr damit aufhören könntet. Hier, du musst da oben ein Portal reinmachen. Du musst erst mal durchgehen. Geh mal durch. Hier, durch den Grill. Nein. Merkst du was? Du musst da oben ein Portal bitte machen, dass man da durchfliegt. Oh. Nein, wenn du da durchgehst verschwindet es wieder. Genau. Also. Kannst du auf der anderen Seite noch eins machen, dass man da wirklich durchfliegt? Oder kann man da nicht durchfliegen? Ähm. Ja, ist interessant. Warte mal. Ich geh mal grad was gucken. Verdammt. Dann springe er. Mach deine Portale dahin und los geht's. Autsch. 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 So. Jetzt muss ich durchspringen. Aber. Das funktioniert nicht. So. Ja. Nasenbär. Dann springe ich von meiner Seite immer noch. Klatsch. Ja. Ja. Chill mal. So. Das funktioniert auch nicht. Doch. Das funktioniert. Aber jetzt kommst du dann nicht mehr hoch. Ja. Dann wird da irgendein Schalter sein. Hoff ich. Eins. Wir müssen jetzt überlegen, wie wir dich hier rein buxieren. Ja. Dann machst du jetzt das gleiche wie ich im Moment. Ja genau. Wir stellen jetzt auch wieder darunter viel Volldämpel. Bei der Ansatz, den du gerade gemacht hast, da war ja richtig. Boah, ich weiß gar nicht wo unser Problem ist. Doch, weiß ich wohl. Warte mal, nee, nee, nee. Kann ich da durchschießen? Nein, nein. Nee, kommst du da nicht auf der anderen Seite. Warte mal. Ähm. Ich hab vielleicht... Da sehen wir irgendwas? Nee, du musst mich wieder nochmal rüber schießen. Ich hab ne Idee. Ich hab auch ne Idee. Moment, 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 Moment. Ist ein bisschen hier. Ah, gar nicht. Ah, shit. Nee, das war... Mach da nochmal eins drauf auf diese Rampe. Okay. Okay. Dann schieß mich nochmal durch, bitte. Hast du mein Portal weggemacht? Ja, nein. Verdammt. Ja, das da oben musst du machen. So. So. Aber? So, warte, 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 warte. Warte, warte, funktioniert's. Nein, ich komm nicht dran. Eeeeh... Warte mal, meine Portale sind ja jetzt da auf der Seite. Ja. Oh guck, oh wie einfach. Ah, oh ja, ich dachte du mir zuhörst. Nein, du bist so doof. Du bist so doof. Merkst du was? Scheiße. Mach auf der anderen Seite, auch noch, dass du da durchfliegen kannst. Fing mal hoch. Was hoch? Wo soll ich noch eins machen? Ja nein, das funktioniert nicht. Okay. Ehrlich. Irgendwas übersehen wir gerade. Hardcore. Es geht auf jeden Fall darum, hier eins hinzusetzen. Ja. Wenn ich jetzt in die Rühe komme, musst du nochmal... Ich weiß überhaupt nicht, wo ich lande, wenn ich hier rein springe. Ja. Ach so, da. Ja. Ja. Okay, ich will kurz was ausprobieren. Nein, stopp. Nichts tun. Nein. Nein, 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 nein. Spring da rein. Spring da einfach da rein. Rätsel gelöst. Ja. Wissen wir, wer von uns beiden eine geniale ist. Ja, ich. Ich hab's Rätsel ja gelöst. Ha, 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 ha. Oh ja. Kennt ihr schon den von der deaktivierten Remontageeinheit? Ja, das war jetzt im Nachhinein ganz einfach. Ja, das erklär mal. Ja, der eine hat auch das Portal auf die Schräge geschossen, ne? Ja. Richtig? Ja. Ja, dann bin ich doch durchs Portal auf deine Seite vom Grill gekommen. Ah, okay. Ich hab das andere Portal unter das Katapult geschossen. Dann sind wir auf die Schräge und dann raus. Verstehst? Ja, ja, natürlich. Versteh ich das. Ach so. Dann müsst ihr ja ein Vollidiot sein, wenn ich das nicht kapieren würde. Sei einfach ruhig. So, ich halte hier grad irgendwas auf. Ja, ich hab's auch. Aua. Aua. Ja, hier. Und jetzt musst du das machen, was ich gerade gemacht hab. Hey. Nein! Halt, stopp. Scheißdreck. Ja. Du hast gesagt... Ich hab ja nicht gewusst, dass das wieder zugeht. Das ist ja verdammt freudig. Mach doch mal auf, bitte. Ich bin ja eingeschlossen. Ja, ich muss erst mal wieder deine Sorgen aufziehen. Dankeschön. Wie geil. Das sieht cool aus. Ja, doch, wie komm ich drüber? Klar. Ich weiß es. Ach du Scheiße. Ja, das ist es wieder. Du hast den Knopf doch grad schon mal gedrückt. Jetzt drück halt nochmal drauf. Ja, dafür muss ich mich aber ruhig jetzt entfüllen. Ich bin hier drin und du bist weg. Ich hab kein... Ich hab kein Momentum mehr aufbauen, gerade. Nimm doch einfach mal das blaue Portal da weg und tu's übers Katapult. Das Katapult ist links. Irgendwo da. Ah, da. Ah, ja, ja, hier. Da. Sorry, kannst du jetzt? Alter. So, da, da. Da muss ich hin. Perfekt. Drücke er den Knopf. Drücke er den Knopf. Ja, wunderbar. Danke. Wir haben nämlich jetzt ein kleines Problem. Ich glaube es geht hier immer um die Lösung, weil es ist nichts Neues. Da drückst du eine Kiste, da müssen wir auf jeden Fall immer nach. Ja. Die hole ich eben, warte. Ich mach das. Juhu. Äh, dann. Nicht durch die Kiste, nicht durch, nicht durch das Teile schießen. Ach, du landest da so oder was? Ja. Dann komm hier runter, ich geb's dir. Danke. So. Jetzt flieg ich da rüber. Und du fliegst mir gleich hinterher, wenn ich dir Bescheid gebe, ja? Okay. Deine Portal ist weg. Genau jetzt. Ja, ich hab's aufgebaut, dass du weiterkommst. Ja. Ja. Anders würde ich schon hier um euch ja. Verdammt, ich wollte ihn in der Luft blocken. Ja, dann kann ich ja jetzt wieder hier raus. Ja. Was ist da? Ja. 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 Wisst ihr, wer nach dem kleinsten Erfolgserlebnis schwachsinnige Freudentänzer aufführt? Menschen. Und genau so seht ihr gerade aus. In euch steckt mehr. Oh, ich mach den Raubiter. Oh, machen wir uns hier rein. Na ja, Portal ist geil. Aber der guckt ist richtig gut. Ja. Und macht schon Fun. Oh, aber ich komme trotzdem grad wie ein Snob vor, dass ich das auf meinem Wake-In spiele. Weißt du was tust? Und kann ich da eigentlich auch mit meinem Stift das bedienen? Oh. Mit deinem Stift? Ja, ja. Falls dein Selbstvertrauen noch unzureichend ist, denk daran, niemand ist vor einfach einfach perfekt. Ne, lieber nicht. Selbst ich hatte einen Makel. Man gab mir zu viel Mitgefühl für menschliches Leid. Aber ich habe mein Handicap überwunden. Das meine ich ernst. Okay, hier haben wir hier nichts. Ich kann schon das erste Mal dieses Gel zum Einsatz machen. Danke. Du Arsch. Also hier sind auf jeden Fall jede Menge Bremse, die wir benutzen können. Wir müssen irgendwo Tempo aufbauen. Die Frage ist nur wo. Ist zum Geiern. Ja, was passiert, wenn man sich hier reinsetzt? Gar nichts. Es muss ein Block sein. Sehr gut. Wie bauen wir denn hier Tempo auf? Das ist die Frage. Ja, das ist ne gute Frage, oder? Ich weiß nicht. Und wie? Hier ist die Beschleunigungsplatte. Ja, schwimm mal drauf, wo du landest. Ich werde dich dann weiterleiten. Halt! Ja! Ja! Jetzt plopp' ich im Kreis, aah! Jetzt bin ich in dein Portal rein Das macht keinen Sinn, du hast nicht genug Schwung, ja Geh zurück auf deine Seite, mach nochmal hier Schwung Okay, wo war das? Da durch Du hast ne Orientierung, Alter, das ist der Hammer Dann hab ich selbst ein bisschen Fleisch aufgebaut So, da und da Da kommt so'n Ding dahinter hergeflogen Geht gut aus Schmeiß mal runter Du solltest nicht mitkommen Ach was Okay, jetzt ist da oben die Tür auf, aber wie kommen wir jetzt da rüber? Ja, das gleiche wie gerade, ich muss nur meine Portale neu setzen Und wie komm ich dann da hoch? Dann setz ich von der Plattform aus deine Portale neu Ach so, ja Ich frage jetzt nur, ich glaube nicht, dass du die von da oben triffst, oder? Ja, dann können wir gleich sehen Ja, dann können wir gleich sehen Ja, dann können wir gleich sehen So Also Du kannst dann Da Doch, kannst du Kann ich? Jo Jeha Bist du Wunderbar Seid ihr defekt, sieht aus wie eine Funktionsstörung Was machst du schon wieder ohne mich? Ich spring hier einfach mal rum, mal gucken was passiert Äh, ich glaube, wenn ich jetzt drücke, kommt da irgendwo ein Teil runtergefallen Ja, drück mal Was? Banzine Luft Ja, genau Ui Sehr gut Ach du Scheiße Guck mal, ich hab schon Ich hab, guck hier Ich spring jetzt und du musst zielen Ich bin jetzt in der, quasi, äh, du weißt In der Schleife Okay, und wo muss ich zielen? Ja, guck mal, ich fliege mir entgegen Das war zu früh Fuck it Gut gemacht Du siehst mich ja fliegen, das war zu spät Das war zu spät Alles läuft wunderbar Alles läuft wunderbar Da kam ich nicht dran Äh, war zu Sehr gut Du musst früher drücken, später Nein, das ist wieder Okay, wenn du... Warte